Hallo und herzlich willkommen zu Part, weiß ich nicht, einem neuen Bildvideo von Dauntless hier auf meinem Kanal Montix. Im heutigen Part, oder wie soll ich sagen, im heutigen Part soll es mal wieder um die Aether Striker gehen. Ein ziemlich, sag ich mal, OP-Bild würde ich eigentlich sagen. Ihr habt es ja im letzten Part vielleicht schon gesehen. Hier in diesem Prüfungspart haben wir das ja genutzt, dieses Bild oder eine Abwandlung von diesem Bild. Und da werde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Für mich ein bisschen immer, sag ich mal, ein gutes Indiz, ob ein Bild gut ist oder nicht, ist, ob ich da mit Reza Kiri relativ gut jagen kann oder Shroud relativ gut jagen kann, Solo. Ob ich da mit Heros gehen kann und der ganze Quatsch. Und ob ich hier bei Reza Kiri jetzt zum Beispiel, konnte ich damit das strahlende Aether Juwel gewinnen. Also kann ich ihm da sein Schwänzchen abkloppen, sag ich mal. Das ist für mich immer so ein kleines Indiz. Es hat auch Knockout mit drin, dieses Bild. Und ja, ich möchte es euch mal vorstellen. Es ist noch nicht mal so richtig fertiggestellt. Es hat so gewisse, sag ich mal, Punkte, die ihr einfach selbst bestimmen könnt. Und das finde ich eigentlich ganz geil an dem Bild. Ich werde es euch ein bisschen vorstellen. Es ist eigentlich nur eine Abwandlung von dem Bild, das ich schon öfter mal vorgestellt habe. Aber ja, wie soll ich sagen, eine relativ starke Abwandlung. Man kann da relativ viel verändern mit ganz gutem Erfolg. Also wir spielen mit Scans Zertrümmerer, wir spielen mit Krachen des Titanen, der besten Fähigkeit, so wie mir viele Leute berichten. Und ich kann das eigentlich auch nur so wiedergeben. Zyklonane Schlagplatte, um unseren Booster länger aufrechtzuerhalten und 15% mehr Schaden dann in der Zeit zu machen. Dann haben wir Zelle der wilden Raserei drin, Zelle der Eisgeburt habe ich drin. Also ich spiele hier mit Eisgeboren. Wir haben hier Knockout-König, also Brauer des Eises mit Knockout-König und Zelle der Disziplin. Schattenmark mit Wut und Zelle der Überwältigung. Boreale Macht mit Wut und Zelle der Überwältigung. Und Borealischer Marsch mit Eisgeboren und Zelle der wilden Raserei. Hier unten habe ich mich eigentlich jetzt zu Testsbecken mal dafür interessiert, wie es hiermit aussieht. Shrikes Eifer. Da geht es mal mehr darum, dass wir, weil wir ohne Leitung spielen, dass wir halt diese 15%ige Aura hier. Er erzeugt eine Aura, die es leeren in der Nähe für 15 Sekunden 15% Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit gewährt. Ich glaube, das könnte ohne Leitung die beste Laterne sein, ist mal so meine Auffassung. Weil man dann wirklich alle 15 Sekunden oder dauerhaft eigentlich diese 15% mehr Angriffsgeschwindigkeit hat. Zelle der ätherischen Regulation habe ich noch zur Sicherstellung sozusagen reingemacht. Das werde ich jetzt live mit euch testen, ob das wirklich so ist. Ansonsten halt die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Da kann man auf Drask Auge gehen, dann kann man auf Emberments Rausch gehen. Was spielt man noch so ganz gerne? Ja, eigentlich egal, was ihr da spielen wollt. Was jedem so halt gefällt. Wollt ihr mehr Angriffsgeschwindigkeit, wollt ihr mehr Schnelligkeit, könnt ihr dann halt einfach einsetzen. Ich bin der Meinung, es dauert ein bisschen zu lang mit diesem Bild, bis sich die Laterne aufgeladen hat. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Da muss ich auch nicht zielen oder irgendwas und muss einen Gegner ganz genau treffen, sondern ich habe einfach immer diese 15 Sekunden da Power. Finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Wenn man in der Gruppe spielt, bekommt man ja von der Gruppe Leitung, wenn fast jeder spielt ja mit Leitung, muss man sagen. Und wenn dann einer dieses Bild hier wählt, finde ich es eigentlich ganz gut. Ja, wir kommen dann auf folgende Werte. 6er Eisgeboren, 6er Knockoutkönig, 6er Überwältigung, 6er Wilde Raserei, 6er Wut, 3er Ätherische Regulation und 3er Disziplin als Dränke habe ich jetzt mitgenommen. Auch das ist Variabel Prügelelexier, um die Angriffsgeschwindigkeit zu boosten. Ausdauerelexier habe ich jetzt zu Testzwecken mal mitgenommen. Da habe ich vorhin noch mit dem Schadenselixier getestet. Das hat auch super geklappt. Und das Überfallelixier, also ich sage mal, hier sind auch die üblichen Verdächtigen. Prügelelexier, Ausdauerelexier und, sage ich mal, Überfallelixier kann man nehmen. Das Schadenselixier kann man nehmen. Man kann auch den Inspirationsmast mitnehmen. Ich sage mal, wie ich schon gesagt habe, die üblichen Verdächtigen halt eben. Man kann auch Bollwerk-Elixier mitnehmen, wenn das Monster am Anfang zu hart ist. Ziel ist es natürlich hier, durch Eisgebohren, oder wie bin ich zu dem Bild gekommen? Warum gefällt es mir wirklich so gut? Ich finde die Scan Zertrümmerer mit dem Rüstungsaufbau, finde ich, oder mit dem Schildaufbau, finde ich schon sehr, sehr angenehm. Auch für Prüfungen. Und mir ist aufgefallen, als ich mit meinen Jungs die Prüfung gelaufen bin, dass das Eisgebohren, ich starte gerade mal eine Quest, machen wir es erst mal was Kleines. Ich will jetzt mal was Kleines pesten, machen wir mal, wo bringt das was? Ja, bei Schock müsste es ja was bringen. Machen wir eine kleine Schockpatrouille mal. Ja, und, also da ist ja Terra gut gegen Schock, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, mir ist aufgefallen, die Jungs haben dann immer gesagt, ja, hol Eisgebohren raus und so weiter. Und dann sind wir gegen diesen Schock-Show-Nei-Saga da angetreten. Und da war es halt immer ein Problem, wenn ich am Anfang den Hit bekommen habe, dann hat mein Eisgebohren halt nicht gebrockt. Also sprich, ich bin ja mit 50% live rein, bin dann gehittet worden und dann war halt schon aus die Maus, wenn ich Eisgebohren nicht drin hatte. Wenn ich Eisgebohren drin hatte, bin ich ja auch mit meinen 50% Leben rein, aber habe den ersten Effekt hier, erleide 30% verringerten Schaden, wenn deine Gesundheit unter 50% fällt. Und die ist ja eigentlich dauerhaft, also in diesem Bild ist sie dauerhaft unter oder bei 50%, um genau zu sein. Das heißt, man hat eigentlich diesen Effekt, erleide 30% verringerten Schaden, durchgängig. Und das finde ich das Geile, auch bei einem Schildaufbau. Und das finde ich schon irgendwie ganz geil. Man kann gut nocken, man hat super Überwältigungsfähigkeiten, man hat die wilde Raserei drin, man hat Wut drin. Also ich finde es schon super, man kann auch ein bisschen umbauen, wenn man dann sagt, ich will mehr Disziplin statt Überwältigung haben, kann man das machen. Hat man noch eine höhere Grid Chance. Also jeder kann da so ein bisschen seine, also als Basis, sage ich mal, ist dieses Bild fast unschlagbar, finde ich. Man hat super hohe Defensivwerte in dem Sinne. Auch wenn man mit 50% live spielt, lasst euch davon nicht täuschen. Das ist schon im Prinzip fast ein voller Lebensbalken, weil es ist ja, wie soll ich sagen, wenn ich 50% live habe, aber habe 30% Schadensreduktion, bin ich ja Pi mal Daumen wieder, ist jetzt ganz grob gerechnet, bei 80% Leben. Und dann baue ich durch den Schildaufbau mit zwei, drei Hits, baue ich mir die anderen 20% wieder auf. So, und dann bin ich schon bei dem Effekt, wie es vorher war. Da habe ich 100% Leben sozusagen, mit Schild sozusagen halt und habe dann die Schadensreduzierung von 30% halt immer noch drin. Und sowas bei Nysaga dann wirklich, dass ich also in der Prüfung furchtlos wohlgemerkt, dass ich wirklich ein, zweimal von dem getroffen werden konnte und habe nichts gemerkt und war noch full life. Also ich habe oben keinen optischen Effekt feststellen können. Mein Leben war noch bei 50%, mein Schild war noch die restlichen 50% halt eben. Das hat mir super gut gefallen und ich habe sofort gemerkt, wenn ich Eisgeburt rausgenommen habe, dann war ich ganz schnell One-Hit. Das ist das eine. Wir haben den Knockout-King mit drin, was schon auf jeden Fall hilft. Wir haben, wie ich schon eben erwähnte, die wilde Raserei drin. Wir haben Überwältigung drin und das ist auch das Schöne. Bevor man es jetzt jemandem in die Kommentare schreibt, warum wilde Raserei, spielt doch mit Bersarca, habe ich jetzt auch getestet. Bersarca macht das ganze Ding dann natürlich wieder anfälliger. Dann hat man wirklich noch mal weniger Leben, dann wird es irgendwann schon kritisch. Aber man kann nur umbauen, so wie man will. Bei jedem Monster kannst du sagen, okay, ich verzichte einmal auf wilde Raserei, bin ein bisschen langsamer. Dafür habe ich dann Bersarca drin, mache noch mal mehr Schaden. Oder ich verzichte generell ganz auf wilde Raserei, weil meine Truppe bufft mich durch die Laterne, zum Beispiel durch Leitung. Dann spiele ich komplett auf Bersarca und bin über... Also dann hole ich hier wilde Raserei komplett raus. Das habe ich ja hier über die Slots drin, über die Technik-Slots, hol es raus. Und bin dann komplett auf Bersarca umgesetzt. Das ist auch möglich. Oder es ist ein Monster, das man gar nicht K.O. schlagen kann oder schlecht oder wie auch immer. Dass ich dann halt eben die Überwältigung ein bisschen rausnehme und dann mehr auf Crit spiele, also mehr die Disziplin nochmal eins reinhole. Ist auch möglich. Ja, wir haben hier zweimal die Überwältigung drin sitzen. Da könnten wir was ändern. Und hier haben wir die Disziplin drin sitzen. Das kann man übrigens auch machen. Man kann auch sagen, okay, nee, ich will die Disziplin draus haben. Kann dort was reinsetzen, kann das Bild dann dementsprechend nochmal umbauen und sich dann per Hit auf die 50% bringen lassen. Ist auch möglich. Oder man kann auch ganz klar sagen, okay, ich mag Eisgeburt nicht, kann es dann ausbauen. Aber ich sage, also Eisgeburt rausholen. Aber ich sage mal, so generell finde ich das Bild halt schon super, super stark. Es dürfte so gegen ziemlich alle Monster sehr gut funktionieren in der Gruppe, ohne Gruppe, wie auch immer. Reza Kiri jetzt auch solo gelaufen. Eigentlich ohne Probleme, sage ich mal. Ich bin jetzt noch immer leider noch nicht der super geübte Fäuste-Spieler hier. Ich war zu lange auf Hammer hängen geblieben oder habe zu viele andere Waffen auch immer mal wieder getestet. Ist jetzt nicht so, dass ich die Kombo da jedes Mal super geil durchdrücke und da super drin bin. Aber für Leute, die da super dodgen können und so, die können dann wie gesagt Berserker noch reinnehmen, noch mehr Schaden machen. Und da hast du eigentlich ein super offensives Bild, das eine super schöne defensive Absicherung hat. So finde ich mal. Also es geht auf jeden Fall relativ gut. Ja, hier sieht man es jetzt. Kann ich ein bisschen loslegen. Hau den direkt schon nieder. Das ist schon heftig. So, kann dem direkt hier eine reinbrezeln. Jetzt gucken wir mal, ob ich die Buffs so durchgezogen bekomme. Oh, das geht ja sogar. Halbwegs. So, krachendes Titan reinballern. Ja, und da sieht man hier einige Schadenszahlen da ordentlich nach oben blocken. Geht auf jeden Fall ordentlich ab. Ich spiele es die ganze Zeit mit dem Speer hier jetzt zum Beispiel. Diese normalen Schockmonster hier. Und das läuft definitiv nicht so. Selbst mit einem Endgame-Build mit dem Speer läuft das nicht so. Weder defensiv noch offensiv. Es ist einfach mega genial. Ihr seht es ja, ich hau da einfach rein. Und da ist auch, denke ich mal, schon bald Feierabend, wenn er so weiter geht. So, hauen wir noch einmal hier den Dot rein. Ich habe das jetzt wirklich noch gar nicht gegen die Luschi-Monster hier getestet. Ich bin da jetzt gerade selbst ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ja, Ausdauermanagement. Ja, läuft eigentlich soweit auch. Also da würde ich euch auf jeden Fall diesen Ausdauertrank empfehlen. Da könnt ihr diesen harten Angriff öfter spammen und so und bekommt keine Ausdauerprobleme. Da bin ich auf jeden Fall beim Ausdauertrank. Der ist, würde ich sagen, Must-Have hier in dem Bild jetzt. Ja, ging auf jeden Fall gut. Lasst euch jetzt nicht von den drei Minuten hier jetzt blenden. Wir sind ja relativ spät jetzt gestartet. Mal gucken, ob ich noch einen Run zeigen kann. Ich kann hier mal ein härteres Monster machen. Machen wir einfach mal, was ist hier, eine heroische Neissaga oder sowas. Passt natürlich jetzt auch gut gegen Strom-Monster. Möchte ich mal jetzt so aussuchen. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das so läuft. Sollte eigentlich auch gut klappen. Patrouillen, das ist ja im Prinzip das Monster, das wir jetzt die ganze Zeit gespielt haben. Machen wir mal Schock-Patrouillen. Ja, machen wir mal so heroischer Schock-Show-Neissaga. Und ich finde es wirklich super geil, weil es eben absolute Flexibilität hat. Habe ich jetzt an Shwikes Eifer gedacht? Weiß ich gar nicht. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Muss ich jetzt selbst mal wieder testen. Aber ich sage es ja, die Tränke sowie die Laterne sowie der ein oder andere Perk sind halt nach individuellem Wunsch halt, sage ich mal, wechselbar. Aber für mich wichtig ist halt einfach, die Scans Zertrümmerer zu nutzen. Meines Erachtens eine unterschätzte Waffe. Vom Damage her nicht super brutal. Klar, es gibt stärkere. Aber von der defensiven Absicherung und dem Buff, was sie der Gruppe bringen durch den Knockout-König nochmal, finde ich schon ein bisschen unterschätzt. Ich sehe die Leute relativ selten mit der Waffe da rumrennen. Und ich finde sie persönlich sehr, sehr gut. Hat mir richtig Spaß gemacht, auch in der Prüfung. Wir hatten keine Prüfung, wo wir so problemlos, sage ich mal, im Leben geblieben sind. Wo wir so wenig gestorben sind. Und ja, so war zumindest mal mein Empfinden. Und ich denke schon, dass das an der Schildgenerierung teilweise am Eis geboren halt gelegen hat. Meine Truppe hat ja nicht jeder mit Eis geboren gespielt, habe ich jetzt gesagt. Ja, spiel es einfach mal. Auch noch zur Erinnerung, es haben jetzt einige Leute geschrieben, ja, was ist denn mit dem Exotik-Bild? Oder ich wollte noch ein Teilbruch-Bild machen. Mache ich noch? Ich habe das hier jetzt dazwischen gesetzt, weil es für mich irgendwie, mir schien es wichtig. Mir schien es wichtig. Wo war der Typ jetzt? War er rechts? Ich glaube schon, oder? Bin ich jetzt selbst mal gespannt, wie es jetzt hier klappt. Ich habe es ja eben schon gesagt. Na, ich sage, Rizakiri konnte ich damit relativ gut legen. Rizakiri bin ich ein großer, hammergewichteter Treffer-Fan. Also der Hammer ist sehr stark gegen Rizakiri mit der Krone, gewichtete Treffer-Krone. Heißt es so? Nee, Quatsch. Gewichtete Krone. Keine Ahnung. Also mit dem Mod, dass man an den Beinen da mehr Schaden macht. Das ist schon super gut. So, ich muss auch mal meine Tränke nutzen. Lassen wir ihn kurz rumschwimmen. Dann freut er sich. So, und dann hauen wir uns mal hier ein bisschen in die Nähe. Gucken wir mal, ob das nochmal ähnlich gut läuft. Wäre natürlich überragend. Aber das sieht direkt schon super gut aus. Jo, das sieht echt gut aus. Habe ich den letzten Buff überhaupt schon genutzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Krachen Titanen schon reingeballert. Ich glaube, den ersten Buff habe ich noch nicht drin. Laterne ist wieder aktiv. Aber ich glaube, ja, die ist noch am Start. Also die ist durchgängig am Start eigentlich. Jetzt habe ich sie wieder aktiviert, sehe ich gerade. Ihr seht sie. Er hat mich jetzt gehittet. Ich habe null Schaden genommen. Ich lasse mich jetzt extra mal ein bisschen hitten, dass man dafür auch mal ein bisschen Gefühl bekommt. Und ihr seht das, das ist schon mega OP, finde ich. So, ich mache auch jetzt echt wenig richtig, sage ich mal. Teilbrüche sehen wir da auch. Betäubungen ohne Ende. Schauen wir jetzt wieder das Ding da rein. Jo, man hat einfach gar keinen Stress, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Null Stress. Und legt die Monster immer noch ratzefatz. Das ist jetzt Hero. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das Ding hier gar nichts kann, ne? Was man ja auch mal sagen. So, lassen wir uns gleich mal. Ich brauche mich nicht hitten lassen. Ich denke, den Beweis habe ich euch gebracht. Hier mit dem Schildaufbau, ne? Das sieht man doch deutlich. So, Laterne ist auch dauerhaft aktiv. Richtig cool. Also wir haben da schön Geschwindigkeit drauf. Und wie ich es schon erwähnte, ihr könnt jetzt immer noch sagen, das Star ist mir noch viel zu defensiv. Dann haut euch den Besager rein. Macht es so einfach. Geht ja. Ist ja kein Problem. So, da haben wir ihn wieder umgekloppt. Jo, man sieht super meine Übung. Bam. Dragon Ball Z. Da sind wir. Und ich bin voll chillt, full life. Null Probleme. Schön abgefarmt. Ich denke, einen besseren Beweis gibt es nicht. Was sollt ihr besseres spielen? Klar, kann man jetzt nochmal ein paar Sekunden da rausholen. Wir haben jetzt den 3 Minuten Run hier auch noch gesehen gegen Hero Monster. Was will man mehr? Also ich bin da voll begeistert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, was ich als Vorbild oder was ich da als Vorteile des Bildes sehen. Vorbild. Vorteile des Bildes ergibt Vorbild. Ich hoffe, ich habe mir das jetzt nicht so zusammengestottert. Wie schon eben erwähnt. Ich wollte eigentlich Teilbruch Bild und dieses Exotik Bild da zeigen. Und da habe ich gedacht, komm, baust mal so ein Scan Bild gerade zusammen. Und guckst mal, wie das so funktioniert. Und ich habe jetzt 3 Runs gespielt. Einmal Risa Kiri und jetzt die 2 Runs mit euch. Und ich bin wirklich beeindruckt, begeistert. Macht mir richtig Fun, macht richtig Laune. Der Vorteil ist einfach, mit den Fäusten kann man auch super schnell den Schild aufbauen. Das ist vielleicht auch wieder ein bisschen anders wie beim Hammer. Beim Hammer braucht man schon ein bisschen das Glück, dass eine Kombo durchgeht. Dann ist natürlich direkt Schild da. Hier kann man mit ein bisschen dodgen und mit dem Ausdauertrank hat man immer genügend Ausdauer. Immer schön rumdodgen und so. Ja, der ist schon wichtig. Macht euch den rein, würde ich sagen, den Ausdauertrank. Weil sonst geht euch bei den schweren Schlägen zu schnell die Ausdauer leer. Dann müsst ihr aber nichts in der Skillung einbauen. Irgendwas mit Konditionierung oder irgendein Käse. Das könnt ihr dann weglassen. Generiert das einfach über die Tränke. Bin ich größerer Freund davon. Holt euch hier die Schadensdinger rein. Ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Habt viel Spaß mit dem Bild. Könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, wie es euch gefällt, das Bild. Und damit dürften sich viele Probleme erledigen. Habt Spaß. Bis dann. Ciao.